Moskete, Moskete mit Bajonett. Hast du einen Bogen, ja, oder? Ja. Warte, dann kannst du jetzt noch mal 17 Pfeile von mir haben. Dankeschön. Weil die werde ich jetzt nicht mehr brauchen. So, wie mache ich eine Mosketenkugel? Alter, ich kann noch eine Kanone bauen für eine Kanonenkugel. Hallo. Hätte dich aufs Dach geklettert. Kommst du hier runter? Danke. So, warte, ich mache jetzt noch eine Mosketenkugel. Aus Papier, Schwarzpulver und Eisenbahnen. Ich mache fünf hiervon. Äh, so. Ne, mein. Ähm. Ganz so blöd. Wie mache ich nochmal? Papier, hier. So, so. Jetzt habe ich 40 Mosketenkugeln. So, so. So, Moment. Guck mal, guck mal, guck mal bitte. Ja. Wie schieße ich denn damit? Ich kann nicht nachladen. Okay, warte. Achso, muss ich die vielleicht zusammencraften? Das kann sein. Ne, muss ich nicht. Wie schieße ich denn mit links geht nicht, rechts geht nicht. Ich kann damit abwehren und schlagen. Das war schön. Na, kommt dann. Und das habe ich halt hier freigelassen, ne? Dann kann man hier irgendwie noch den Raum da in die Richtung bauen. Ja gut, du müsstest ja eh nur hier quasi so einmal so einen Durchgang machen. Links kannst du hier gerne auch noch ein Küssen hinmachen. Ja gut, ich meine, dass man jetzt halt dann hier so einen Durchgang macht, irgendwie eine Dreierbreite oder so. Ja, zum Beispiel. Na, am besten zentral, aber ja, ich weiß was was. Okay, schön, ich habe eine Muskete. Gibt es vielleicht in der Steuerung. Mit V aufladen, G umschalten, R auslösen, Grave. Alter, guck mal, wird in die Steuerung, was es alles gibt. Ja, das wird nicht so einfach alles. Moment. Oh, fuck. Na, geht. Nicht gespergert. Kann ich das denn lösen? Äh, dann nimm das hier. Müll mal ganz kurz hier die Kisse mit zu, ne? Ah, ja. Oder wird es nicht gut? Ich brauche nämlich jetzt noch mehr Holz. Ich glaube, wir haben nur noch. Da auch noch ein klein bisschen was, aber ich muss wohl gleich mal wieder losgehen. Oh. Ich habe ein Holz zu wenig Händen. Oh, ernsthaft. Warte, guck mal. Ja. Und Feuer. Alter, lass den Rückstoß. Ich guck, alter. Warte, eben konnte ich nachladen. Wieso lade ich jetzt nicht mehr nach? Ah, jetzt. Irgendwie lädt er nicht immer nach. Okay, warte. Ich schieße mal auf die Fackel da unten. Und Feuer. Ich habe das Gefühl, die kommt gar nicht so weit. Ja, ich glaube, kurz davor bleibt stehen. Verpufft ist. Können wir einmal ganz kurz schlafen gehen? Dankeschön. Ist da irgendwann ein Viech? Ich will es einmal testen. Ähm. Ja, tatsächlich. Irgendwo mal rum. Warte. Dann. Warte. Ich muss einmal kurz die Muskete testen. Warte. Gibt es auch sehen. Hinter einem See. Hallo. In your face. Ja, na gut. Okay, die macht scheinbar irgendwie so. Ja, die schießt leider irgendwie. Sie ist auf jeden Fall schlechter als ein Bogen. Sie macht zwar mehr Damage, aber die hat eine Feuerrate von irgendwie drei Schuss pro Minute gefühlt. Weil ich kann irgendwie nicht immer nachladen, wann ich will. Hm. Ja, wir brauchen nicht mehr schlafen. Geht jetzt schon wieder hell. Aber sie macht mehr Melee Damage. Mal gucken, wie viel Schläge ich damit brauche. Hau dich. Boim. Okay, das Bajonett war auch schon mal besser. Aber es gibt das Prinzip, ich habe eine... Und dann werden wir dann noch, es gibt ja die Boomerangs, den Sledgehammer. Ähm, nicht mitgezählt. Mario. Haben wir noch irgendwo einmal Rohholz? Ähm, ich sammle gerade noch Rohholz. Dann lassen wir gleich einmal Rohholz übel. Ja, okay. Rohholz, ey. Ah, da war das jetzt. Okay. Ah, der hat das Ding verbraten. Hallo. Da habe ich was. Ey, komm, das Ding hat immer Geräusche gemacht. Boah. Das habe ich bis hierhin sogar gehört. Das Haus ist echt scheiße, ganz ehrlich. Boah. Jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, kommt mir irgendwann auf den Kopf gesprungen. Ja, dann müssen wir da so einen... Der halbe Eingangstür ist weg. Selbstmordschutz. Ah. Dann brauchen wir da halt so einen, ja, einen Selbstmordschutz. Das ist ehrlich so. Äh, Axt mehr. Eine Eisenachse ist noch in der Truhe. Ja, dann hole ich mir die mal. Boah, ey, das kann nicht wahr sein. Alles machst du kaputt. Ah. Äh. Das ist vergessen. Ach so. Hä? Was ist? Nichts. Wenn du dieses... Machst dann... Eis, dass du hast irgendwas im Hinterkopf. Das ist voll die Lüge. Warte. Loll. Was? Warte mal, bitte. Hast du gerade so einen Revolver da gebaut? Das ist kein Revolver. Warte mal. Oh! Feuer frei! Warte, wohin denn? Was für Kugeln brauchst du da? Warte mal. Feuer frei! Ah, nee, warte. Ich brauch da vielleicht Kugeln für. Ist das jetzt so ein MG oder eine richtige Kanone? Das ist eine Kanone. Ja, ein MG. Genau. Gibt sie nicht auch? Meine gibt sie doch auch, oder nicht? Wirklich? Bei irgendeinem... Wie lade ich dir nach, warte? Ach so, ich brauch auch noch... Sag mir das doch. Warte, bleib mal hier oben. Hm. Pam, 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 pam. Hab Schwarzpulver vergessen. Weg da. Man hüpft nur leider immer irgendwie zwischendurch ein bisschen. Ja. Ja, okay, wenn man halt hüpfen drückt, ne? Ja. Ja, okay, sie ist... Sie ist nachgeladen. Oh, oh. Oh, oh. Warte. Oh, Mann. Drei, zwei, eins. Feuer frei! Okay, nichts passiert. Nochmal. Falsches. Falsches. Warte, ich habe mit linker Maus, hast du geschossen. Ich glaube, ich muss mit rechter. Okay. Ja, rechter. Okay. Drei, zwei, eins. Feuer frei! Und nichts passiert. Nochmal. Warte. Wie weitert denn? Warte, geh mal. Trail! Ach so. Okay. Drei, zwei, eins. Feuer frei! Und nichts passiert. Was soll denn das? Ich habe das Ding noch nachgeladen. Schieß du, Arschloch! Warte mal. Dann down the space button to fire. No problem, I can disable block damage. Und witz. Ja, ich warte. Ja! To load the gun, make sure you have gunpowder. Ich hab das Ding schon geladen. Warte, warte a few seconds, then hold down the space button to fire. Ich hab das Ding noch mal. Ähm. Ähm. Nö. Geh mal eben da weg. Drei, zwei, eins. Auf den Baum! Feuer frei! Eigentlich kann man sowas, äh, so ein Projekt wie Tova Him perfekt machen, ey. Mit den Waffen und so. Hammer geil. So, warte, behalte ich die jetzt, wenn ich die abbau? Kann ich gar nicht abbauen. Ach doch. Ah ne, dann krieg ich auch was. Ja, dann krieg ich die 4000 Sachen. Aber gib mir die mal bitte. Warte, hier hast du noch Rohholz. Ey, stopp, zurück, komm. Boah, ne. So, ich dachte, brauchst du. Ja, das brauchte ich für die Kanone, aber ich hab mir immer selber gehört. Aha. Ja, jetzt hab ich noch Kanonkugeln, toll. Du wolltest garantiert nur auf mich schießen, ne? Alter, guck mal was. Opa, da. Hm? Ey, das machst du wieder heil. Das mach ich nicht heil. Das mach ich nicht sauber. Das ist nicht mein Job. Ah, herrlich. Ah, je. Die Verschreibung im Wiki ist ein bisschen falsch, weil es ist mittlerweile eine andere Taste, aber letztendlich hab ich's hingekriegt. Was haben wir denn noch? Hm, hm. Ja. Vielen Dank.